Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bei der Präsentation des Samsung Galaxy S5 hier in Barcelona wurde auch der Kids Mode vorgestellt und da dachte ich mir, yo, zeig den Leuten nochmal, was das eigentlich ist. Das tue ich nun viel Spaß. Ihr seht schon, das Ganze ist wirklich, ich nenne es mal süß aufgezogen. Das Wallpaper lässt sich quasi mit einem Fingerdruck in eine kleine Spielwiese verwandeln. Aus dem Nichts erscheinen Blumen oder Palmen fallen einfach um und richten sich wieder auf. Neben dieser Spielerei gibt es auch eine eigene Statusleiste, die ebenfalls umgestaltet wurde. Hier lässt sich die Displayhelligkeit regulieren, WLAN, Bluetooth und mobile Daten aktivieren und deaktivieren, eine Übersicht über das Nutzungsverhalten aufrufen und der Kinder Mode kann hier verlassen werden. Alles bedarf allerdings einer PIN-Eingabe, ist natürlich nicht ganz dumm. Und selbst die Apps wurden angepasst, alles ist ein bisschen bunter, niedlicher. Wir gehen sie einfach mal nacheinander durch, dann seht ihr, was hier so geht. Die Kamera haben wir uns angeschaut, die Notiz-App ist nun dran, ich denke sie ist selbsterklärend. Also geht es weiter zum Diktiergerät. Und natürlich auch zur Galerie. Ein cooles Krokodil lässt uns zwischen Fotos und den anderen Medienwellen, bliebe dann zuletzt noch die Video-Player-App. Videos können hier natürlich dargegeben werden, was auch sonst. Wie eben erwähnt, um die App zu verlassen oder eine Übersicht über das Nutzungsverhalten aufzurufen, bedarf es einer PIN-Eingabe. In den Felsen gibt es die Zugänge zu besagten Funktionen nochmals, genau wie in der Statusleiste. Der Activity-Mode zeigt uns genau an, was das Kind, der Hund oder eben die Frau wie oft genutzt hat, letzte Woche und in den letzten 30 Tagen. Dazu noch die gesamte Nutzzeit. Die weiteren Funktionen erlauben dann ein zeitliches Nutzlimit festzulegen oder neue Apps aus dem, ich nenne es mal Kid-Store, herunterzuladen. Ihr seht das hier. Neben dem eben gesehenen Homescreen gibt es noch eine zweite Seite mit einem Timer. Das war's. Und das war's auch mit diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war's.